Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aeon Isolation. Ja, es ist wieder mal Zeit, sich ein bisschen zu gruseln, zu fürchten und so weiter. Sich vom Aeon jagen zu lassen. Also ich hoffe, ihr habt hier alle den Raum abgedunkelt. Oder es ist gerade Nacht, wenn ihr euch das anschaut. Dann könnt ihr euch so ein bisschen mitgruseln. Also bei mir ist es jedenfalls immer so, wenn ich hier im Dunkeln sitze, dann fürchte ich mich am meisten bei dem Spiel. Ich würde sagen, wir machen hier Fortsetzen. Wir müssen, was wir machen, Dr. Molly Schlüsselkarte finden. Wir sind in der Krankenstation, in der Krisenstabilisierung. So, wir gucken uns mal ein bisschen um. Hier ist irgendwas, da kommen wir aber nicht hin. Hier ist geschlossen, hier ist geschlossen, hier ist auch geschlossen. Ja, alles abgeschlossen. Begrüßungsraum, Untersuchungsraum. Da kommen wir gar nicht hin, die ganze Sache. Wir sind jetzt gerade hier in dem Speicherpunkt. Das ist, glaube ich, eine Kabelneuverteilung. Warte mal, irgendwie können wir doch eine Legende mit E genau. Schloss mit Zugangscode zum Beispiel. Gibt es ja mit Schlüsselkarte, Speicherung, Ausgang. Neuverkabeln, also das ist eine Neuverkabeln, das andere ist ein Termel, genau. Gerät, Werkzeug von Interesse, Schneidepunkt, Leiterzugang. Tja, wir müssen hier hin. Gut, dann gehen wir mal hier hin, aber ganz leise. Das Aien ist auf unserer Pferde. Ah, die Kamera ist ja mal. So. Gucken. Code. Äh, wie war der Code nochmal? Ich glaube, 1702. 1702. Ja, stimmt noch. So, schnell die Karte nehmen. Oh, oh. Äh, ich bin nicht da. Kommt's her? Nein, es entfernt sich. Ja, verschwinde, verschwinde, verschwinde. Okay, es ist hier die Tür. Und du, die Doktor. Dirt. Okay, ja, das ist Dirt. Aha, Schlipper. November, 1,27, 30. Schönes Bild. Äh, äh. Ich bin nicht da. Bleib bloß weg. Ich hoffe, hier gibt's kein Luftschacht. Oder gibt's hier einen? Nein. Hier gibt's doch, hier vorne gibt's einen. Aber ist das einer? Ich weiß es gar nicht. Ja. Oha. Todelschädel. Ja, mit Sonnenbrille. Okay. Das sieht aus wie ein Tierbetrachtungsgerät. Oh, oh. Das Alien graucht in den Schächten. Darum, was ist hier eigentlich? Ah, Sprengkapsel. Okay, es ist grad rechts von uns. Was haben wir hier noch? Ey, ums Surgischen. Oha. Nein, 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 nein. Äh, ich bin gar nicht da. Äh. Äh, verdammt. Ach, du, verdammt. Ach, wiedersehen. Besuchen Sie uns bald wieder. Äh, geh in den Schacht rein oder sonst irgendwas. Äh. Ja, es haut ab. Okay. Ja. Immer gut. So. Stuff Quarters. Äh, ich weiß gar nicht wie die lang soll. Geh mal hier lang. Was ist hier? Oho. Höh. Oho. Äh, pscht. So, Gott, da eine Infos ist, glaube ich. Was? Halt die Klappe! Äh. 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 Äh, gerade sehr ängstlich. Äh. Das war jetzt natürlich, wahrscheinlich hat das ganze Alien angelockt. Okay, es geht wieder weg. 70, jawoll. So, dann. Hier lang vielleicht. Äh, Sample Storage. Okay, mal gucken, was ist. Ja, Suche. Wir nehmen alles mit. Äh, ein Eimer. Oh, ist ja finster. Ich will jetzt aber nicht das Licht anmachen. Wann ist das ANC dann irgendwie was? Upscht. Ui. Ja, buh, 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 buh. So, möglichst nix hier irgendwie, was leer macht. So, haben wir noch irgendwas liegen. Oh, da können wir eben was machen hier. Ne, wir können hier am Tisch, äh, rennen. Ja, wenn uns das Alien verfolgt, am besten am Tisch rennen. Okay. Ja, Moment ist das frei. Ne, wir laufen weiter. Das sieht aus wie ein Konferenzraum hier. Ethanol ist voll. Also, die Kamera zertrimmere ich jetzt nicht. Däh, das könnte jetzt EIN aufmerksam machen. Ausweis kann das. Wäre interessant, wer das hier ist. Man kann zwar nachlesen, wem die Katten gehören dann, aber... Ja, das macht keinen Sinn. So, die haben ja halt Poker gespielt oder sowas. Und Schach und so. Suche. Äh, lass mich hier. Das ist fatal. Oh, oh. Oh, 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 oh. Bin hier nicht sicher. Ich bin hier hinten drin, das ist immer sicherer. Bist du noch da? Ja, es kommt näher. Verdammt nochmal. 70. Oh, oh. Es ist da. Äh, ne, es geht wieder weg. Geh in den Schacht rein, verschwinde, ich bin... Ha, ha, ha. Nein. Es kommt wieder näher. Äh, kannst du mal weggehen, bitte? Okay. Das ist da vorne. Nein, es kommt wieder her. Was willst du hier? Ich, 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 ich tu dir gar nix. Ja, geh, 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 geh einfach weg. Lass mich in Ruhe. Äh, äh, jetzt kommst du wieder von da. Ich trau mich jetzt gar nicht mehr raus. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Wande. Geh, verschwinde. Hau ab. Verdammt nochmal. Ich weiß, dass du noch da bist. So. Nein. Das macht ihr laufend hier im Kreis, oder wie sehe ich das? Äh, kannst du jetzt mal... Ja. Hä? Nee. Ah, jetzt ist es weg. So. Dann suchen wir hier nochmal. Ah, nee, da ist nur Ethanol. Boah, verdammt. Das war jetzt hier wirklich... ...Karte. Ich hab jetzt gedacht, es lauft die ganze Zeit im Kreis. Und ich muss irgendwann hier mal so Chironi-Wall-mäßig wegrennen. So, mal hier gucken. Na, hier gibt's nix. Sag mal, was waren das hier für Milchspatzen hier? Ketchup. So, der Schlafrauma hat diese alten Kontrolle, ja? Okay. Gut. Verdammt, du erschreckt mich doch nicht so. Ja, da hätten wir direkt reingekönnt. Ah. Naja, dann würde man auch einige lieber sehen, was wir vielleicht später brauchen. Suche. Flambeerveröl. Eine Gitarre. Ja, komm, wir spielen jetzt mal ein bisschen Musik hier. Das freut bestimmt das Alien. Äh, Big Dog. Ja. Was ist das? Äh, Medical Unit. Morley. Äh, A26, äh, ähm. 29, C21, okay. Okay, wir sollen die Räume durchsuchen. Wir sollen hier lang. Aber ich würd's ja gern nochmal abspeichern. Äh, ja, wir gehen erstmal in Schacht. Irgendwie fühl ich mir den Luftschächter schiechere, aber, äh, wo geht der hin? Äh, hier gart's nicht lang. So, hier. Äh, was bringt das hier eigentlich? Ladungspack. Ja, können wir leider gerade nicht benutzen. Ich verzieh mal her. So, kurz hier. Wart mal, wir könnten vielleicht irgendwas Neues bauen. Jawohl. Gerät gebastelt. Eine Amp-Mine können wir nicht basteln. Auch Kanaden. Ist alles voll, aber wie ich gesagt hab, man kann ja die Sachen schon mal vor. Dingsen hier. So. Äh, da fehlt jetzt noch ein Sensor. Äh, Mad Kit. Äh, wir haben eins gebraucht. Nicht okay. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hau ab. Hau ab. Gott sei Dank kann's nicht beim Luftschacht rauskommen. So, da haben wir noch einen Ladungspack wieder. Kommt's. Hau ab. Schnell hier rein. Geh rein, geh rein. Hau. Verdammt nochmal. Ja, da funktioniert mir leider der Tracker nicht so richtig. Oh man, jetzt guck ich gleich hier raus und dann gleich. Uuah. Uuah. Warte. Wow, aber das Geräusch in den Schächten hier ist auch nicht grad toll. Geh zu, geh zu, geh zu. Oh, oh. Hau. Hau. Scheiße. Aha. Das hat mich Gott sei Dank nicht gesehen. Wart mal, wie ist ja auch nicht hier eigentlich. Okay, das hat hier... Äh. Wir gehen den Raum, gehen hier raus. Wir müssen hier weiter. Verdammt nochmal. Ja, jetzt patrouilliertes Viehchen, da. Nein. Ah, verdammt. Nein. Nein. Ah. Das kann mich sogar aus dem Luftschacht rausholen. Ah, verdammt. Ich brauche unbedingt Flammenwerfer. Ah, toll. Darf ich nochmal alles von vorne machen? So. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen schneller. Äh. Zugangscode. Äh. 17.02. Äh. Die Karte nehmen wir aber mit. Ich sah mir jetzt nicht wieder alles hier ein. Und du die Doktor? Ne, ja. Gut. Da war so eine Sprengkapsel. Sonst war hier ja nichts. Ne. Hopp. Auf. So. Ich probiere das jetzt alles mal ein bisschen schneller, ja. War hier irgendwas drin? Ah, super brutale Infpistole. So. Und sobald unser Tracker anspringt, da war glaube ich nichts drin. Ne, da gehe ich gerade rein jetzt. Oh, 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 oh. Äh, die Karte. Äh. Ich verstecke mich da hier. Hau ab, geh in deinen Luftschacht zurück. Lass mich in Ruhe, ich bin gar nicht hier. Äh. Geh weg. Geh weg. Hier gibt's kein Müsli für dich. Ja, das ist die gute Richtung, hau ab, verschwinde. Auf Wiedersehen. Nein, es ist die falsche Richtung. Ja, geh. Hau ab. Nein, 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 nein. Es ist da vorne. Ja. Du bist nicht weg, ich weiß es. Ne, jetzt kommt's wieder. Ah, ja. Äh. Ich glaube, das läuft immer so die gleichen Routinen hier ab. Also wie. Jetzt müsste es hier gleich vorkommen. Ja, guten Tag. Pssst. Ruhe. Hä? Äh. Ah. Das sieht mich nicht. Hä? Äh. Das hat mich doch zweimal genau angeguckt. Das hat mich nicht gesehen. Wow. Jetzt haust du doch ab, oder? Das hat zweimal voll in meine Richtung geschaut. Oh, das ist wie eine Schlange. Wenn du dich nicht bewegst, erkennst du dich nicht. Äh. Jetzt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Alien. Hau ab. Ich glaube, jetzt haut's ab. Ja. Ja. Ja, das hat eigentlich genau dieselbe Runde, wie das letzte Mal auch gemacht. Hä? Sind jetzt andere Sachen drin gewesen? Ja. Jetzt sind ja andere Dinger drin. Boah. Boah, also, ähm. Im Luftschacht länger verstecken, das hilft auch nicht gegen das Alien. Moly. Wir gehen weiter. Boah. Boah. Hier. Moly. Moly. Das muss man nur angucken So Irgendwo war noch so eine komische Karte hier Äh Ne, war doch nichts Das Ding piept manchmal, aber da ist keiner Oh oh Warte mal Was ist da? Was wichtiges Moment, ich geh nochmal zurück Aber bloß jetzt nicht rennen Das wäre doch ein Fehler Jetzt der Ding, ah ich hol mir schnell nochmal was So Ah da war noch eine Karte hier So Moment, sind wir hier noch sicher Also Wobei Ich möchte jetzt wirklich nochmal speichern Oh du blöde Kamera Wo war denn da ein Speicherpunkt? Ah hier war einer Ich möchte unbedingt nochmal speichern jetzt Ist mir egal, auf jeden Fall Keiner da, gut So Komm Auf geht's Ja Feind ist nah Ist mir egal, ich muss hier abspeichern So Jetzt ganz schnell wieder weg hier So Oh oh Ich weiß gar nicht wo lang Mal schnell hier lang ums Eck Gar nicht lang aufhalten lassen Nee Nee Das haben wir letztes Mal einen Fehler gemacht So lange im Schacht zu sitzen Ich gehe hier gleich weiter Das war zur Not Versteckt man es einfach in den Schrank Nee nee Das ist noch gut Ich versuche einfach mal ein bisschen aktiver zu sein Okay So Ich glaube ich gehe mal hier rein Benutzen Ach man kann ausschalten Okay Das ist außer Betrieb Impfpistole Ja So Moment noch auf die Karte gucken Ah hier ist was interessantes Mal durchschnaufen Das war jetzt wirklich hier Oh oh Gut Ich würde aber auch sagen Ich mache jetzt hier mal kurz eine Unterbrechung Und das geht auch gleich weiter in der nächsten Folge Ich danke euch fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal bei Legolas Tschüss